Und dann Moinzen zu den VfB News dieser Woche, hier schon am Freitagnachmittag. Ihr wisst ja, Quellen und so weiter alle unten verlinkt und ja, Stand der Dinge ist jetzt halt, keine Ahnung, 14 Uhr, 14.30, 15 Uhr so um den Dreh hier am Freitagnachmittag am 16.04. Wir fangen jetzt natürlich einen Tick länger her, logisch ist es genau diese sieben Tage, genau diese eine Woche her halt, aber erste News, direkt eine dicke News. Der VfB flängert den Vertrag mit Orel Mangala bis 2024, ein sehr, sehr schönes Ding. Man erwartet, oder Missentat Mainz kann absoluter Top-Spieler werden, der Meinung sind glaube ich die meisten VfB-Fans und es steht jetzt nicht offiziell in Angaben drin, logisch vom VfB, aber da es ein Missentat-Vertrag ist, Matarazzo mal ausgenommen, ein Spielervertrag ist, der von Missentat gemacht wurde, wird es da keine Ausstiegsklausel geben. Da kann man sich jetzt sicher sein. Heißt auch, nächster Tweet, Sosa225, Kobel24, Anton24, Mangala24, Endo24, Silas24, Kinovic24, Gonzalez24, Kalajic23, also 2023, alle ohne Ausstiegsklausel. Einfach mal ein absoluter Power-Tweet hier rausgehauen worden von einem Kollegen hier. Einfach geil, was da für eine Liste an Spielern ist, an Leistungsträgern ist, die du zumindest mal alle nicht durch Ausstiegsklauseln abgeben kannst, musst wie auch immer, sondern überall wirklich Ewigkeiten Vertragslaufzeit hast, plus einfach die Hand obendrauf hast, dadurch, dass du eben nicht dieses Schlupfloch bietest. Auch sehr schön vom Kulibali in Stadion, aktuell war vor dem Dortmund-Heimspiel noch ein sehr guter Verein mit einer großen Historie. Wir spielen momentan einen guten Fußball, haben viele gute Spieler mit großem Potenzial zur Weiterentwicklung in unserer Mannschaft. Deshalb bin ich absolut stolz, hier spielen zu dürfen. Außerdem habe ich in der vergangenen Saison ja schon erlebt, was für eine großartige Stimmung die Fans hier machen und wie sehr sie uns unterstützen. Ich freue mich schon jetzt auf den Moment, wenn sie wieder im Stadion dabei sind. Auch einfach eine schöne Aussage, die einfach weiter ein bisschen Hoffnung macht, dass die Jungs hier wirklich Bock auf den Verein haben und nicht direkt das Weite suchen, wenn das erste Angebot von irgendeinem Klub kommt. Aber dann auch sehr schön, ganz schön, für mich nicht abspielen, aber auch sehr schön, wie gut ist das denn bitte, ein Clip aus der PK vom Dortmund-Spiel müsste es dann gewesen sein, wo gefragt wird, warum beim VfB irgendwie nie Corona-Fälle kommen oder sowas, was da voran es liegt. Und dann hat er einfach, vielleicht haben wir keine Freunde, vielleicht treffen wir uns aber mit niemandem. Aber schönes Ding gewesen, schönes Ding gewesen. Dann auch krass, der VfB hat nach 27 Bundesliga-Spieltagen nur 6 Punkte weniger als zum gleichen Zeitpunkt in der abgelaufenen Zweitligasaison. Das ist wirklich, wie er auch hier im Tweet schreibt, einfach nur beeindruckend. Das ist richtig krass. Ist dasselbe Kollege hier, man kennt ihn, Ricky Palm, kann wahrscheinlich viele von den Podcasts und so weiter vom STR. 15. Tor in der Schlussphase, 5 Tore in der Nachspielzeit. Das kann man auch mal machen. Als VfB, schön Last-Minute, schön sich einfach nicht aufgeben, ist auch ein Zeichen dafür. Dann auch sehr schön, das ist meine Mannschaft, mein Trainer. Sven ist ja gerade bei Sky. Wird auch ständig gefragt, geht es doch nach Dortmund, hier und da. Aber zumindest mal ein Jahr oder so können wir die, glaube ich, noch zusammenhalten, die Kollegen. Auch wenn es keiner hören will, wenn man das Restprogramm anschaut, könnte es trotzdem ein Dreikampf mit Union und Gladbach um Platz 7 und damit um die UEFA-Quatsch-Pokal-Quali werden. Und ja, ich habe es auch schon mal selber ein bisschen Hobby-mäßig, so ein bisschen, keine Ahnung, ja, aus Lust und Laune mal durchgerechnet, diese Restprogramm-Geschichten, die man mit dem Tabellenrecht noch machen kann für die nächsten Spiele, für die letzten Spiele. Ich komme da halt auch jedes Mal darauf, dass du am Ende des Tages mit Gladbach beide punktgleich, aber da wir besseres Torefeldes haben, auf 7 kommst. Ich habe es so, dass wir auf 7 kommen, ich meine mit 50 Punkten und irgendwie so, weiß ich, plus 9, plus 8, plus 10 Torfeldes, irgendwie sowas. Und dann Gladbach halt mit 2, 3 Toren schlechter, auch 50 Punkte auf 8 landet und Union dann auf Platz 9. Aber gut, mal gucken. Klimawitsch erinnert mich aktuell ein bisschen an Gonzalez in seinen ersten Jahren, da ist was, aber es will nicht so wirklich funktionieren und viel Pech. Ich glaube an ihn, der wird noch, der wird noch. Geduld zahlt sich aus, Beispiel, unser aktuelles Team, bin ich auch voll dabei. Trotzdem habe ich ihn mal in der Startelf, ebenso wie im Kulibali, ja, eine Pause gegönnt in meinem Startelf-Tipp. Die Instagram-Bild-Unterschriften von Förster haben echt einen Kult-Status, auch sehr, sehr schöner Tweet. Fang mich doch, Bundesliga-Ball 1, 22, wo man mit irgendeinem Trainings, was weiß ich, was Ball da rumkickt. Eine Runde Kuschel mit Kaleitsch beim Torjubel Frankfurt müsste gewesen sein. Grüße vom Sofa, Ausrutscher auch schön, wo sie gegen BVB verloren haben und er halt Haaland weggesenzt haben in der Grätsche. Satz mit X, dann auch das Spiel in München. Hat schon was, ist schon sympathisch. Dann hier auch im Abschluss dieser Gespräche, die Darby vor Verlängerung beim VfB. Stand vom 11.4. vom Kicker war das in der Transfermeldung, dass man da zuversichtlich ist, dass man da konkret wird. Und ja, kann ich mir auch ganz gut vorstellen, der will ja scheinbar auf Kohle verzichten, ist ein Akademiespieler von uns. Ja, leistungsbezogener Vertrag, noch ein Jahr ran, keine Ahnung, sehe ich nichts groß dagegen, wenn er eben auf Gehalt verzichtet und eben sich mit seiner Rolle bewusst wird. Vor zwei Jahren, auch nicht genau vor zwei Jahren, am 11.4. vor zwei Jahren, kurz vor dem Abstieg 2019, wird es ein bisschen, hat überraschend Sportdirektor unseres VfB und krempelt die Mannschaft in kürzester Zeit für den Wiederaufstieg um. VfB-Reminder hier auf Twitter. Hat auch mal genannt, wer da alles an Zugängen war. Silas, Förster, also was alles seine Zugänge sind. Silas, Förster, Klement, Kalajic, Klimovic, Avucca, Karasor, Kobel, Mola, Al-Gadoui, Endo, Bredlo, Koulibaly, Philips, Laie, Stenzel, Kulinov, Anton, Marvobanus, auch Laie, Sissé und Ahamada. Klar, auch Laie, aber der wird ja recht sicher oder wird auf jeden Fall verpflichtet im Sommer für die, was ist es da, ist es anderthalb Millionen, sind es zwei, sind es zweieinhalb Millionen, irgendwie sowas von Juve. Und in der Liste ist halt ehrlich gefühlt, ich will jetzt die Liste nicht eins für eins durchgehen, aber da ist gefühlt maximal zehn Prozent davon kann man vielleicht irgendwie als nicht so eingeschlagen und eher Flop sehen. Der Rest ist ja wirklich top, ist richtig, richtig stark. Schönes Zeichen auch hier, oder was dazu passt. Sollte Bremen in der Liga bleiben und Selke fest verpflichten, hätten Selke und Bittencourt Werder mehr Ablöse gekostet als Stuttgart, seine gesamte gestrige Startelf. 23,6 Millionen zu 23,1 Millionen Euro. Das einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Das war die Aufstellung vor dem Dortmund-Spiel. Dann, Kalajic stellte gegen BVB einen weiteren Vereinsrekord auf und wieder ist die Zahl sieben im Spiel. Er erzielte bereits sein siebtes Kopfballtour in der laufenden Saison. Das schaffte seit Beginn der Datenerfassung noch kein VfB-Profi. Auch sehr, sehr stark. Maier und Nathai erhalten ihre Chance. Parallel plant der VfB auch wieder mit Nachwuchsspielern. So wird aus der U19 Jordan Maier zu den Profis aufgerückt. Der 19-Jährige wird erstmals die Vorbereitung auf die neue Saison mitmachen. Zudem kommt Nikolas Nathai fest zum VfB. Den Kollegen haben wir ausgeliehen. Zuerst nach Rostock und dann jetzt die Saison bei Sandhausen, wo er wirklich ganz gut kickt. Hier wurde auch zum Glück aufgelöst, wo Maier spielt. Also Sechser, das heißt auch ähnlich wie Nathai. Der müsste auch im Mittelfeld zu Hause sein. Deswegen sehr gerne. Testet unsere Jugendspieler da aus. Testet unsere Talente aus, wer es dann in den Kader schafft. Und gebt ihn gerne ein bisschen. Ja, einfach diese Euphorie mit und setzt die gerne mal dazu. Und lasst ihn mit den Profis trainieren. Aber wenn die Bedingungen stimmen, wovon ich bei Missendat stark ausgehe, kann ich da gut mitleben. Das ist wieder ein Zitat zum Didavi-Verlängerung. Wir sind mit Daniel in extrem guten Gesprächen. Ich bin da wirklich zuversichtlich, dass wir da was hinbekommen. Daniel ist unser Junge, unser Akademiespieler, heißt es da vom Sven. ESPNs Watchability Power Rankings für Europas Top-League. VfB recht weit oben dabei. Richtig nice. So schön. Occasionally hypnotic counter-attacking. Also nicht nur in Deutschland findet der VfB Fans. Nicht nur in Deutschland. Ist uns sehr, sehr nice. Missendat, wir sollten so clever sein, uns auch in der neuen Saison ausschließlich mit dem Klassenerbleib zu befassen. Und das gilt hoffentlich auch für unser Umfeld. Vor allem in dieser zweiten Saison nach dem Aufstieg. Ohne ein Silas. Vielleicht hast du noch andere Abgänge. Vielleicht hast du ja sogar eine Dreifachbelastung. Who knows? Werden wir sehen. Wo die zweite Saison, ja, recht sicher kann man das sagen, dass die happig wird. Mindestens. Ich kann es mir wirklich fast nicht vorstellen, dass die nächste Saison nicht deutlich, deutlich schwerer wird als diese. Hier auch Anton über sein Duell am Samstag gegen Haaland. Wenn man als Verteidiger gegen einen Sturm umspielt, möchte man immer besser sein. Und ich denke, das war ich heute. 100 Prozent saß ja auch Jogi Löw im Stadion. Also könnte er sich vielleicht nochmal überlegen, ob man Anton vielleicht doch mal nominieren mag. Weil der hat, also er natürlich zum großen Teil, aber natürlich auch die ganze Abwehr, hat ja, wie ich auch schon im Nachbericht gesagt habe, Haaland quasi kalt gestellt am Sonntag. Äh, Sonntag, am Samstagabend. Der war auf B-Holtover-Trainer. Krebs aus Gladbach. Gladbach-Staff, er hält neues Gesicht. Ja, kommt aus Gladbach. Hat schon scheinbar bei der TSG mit Kobel gearbeitet. Deswegen kann man da Dingen bringen. Schönes Ding. Weiter geht's. Und zu Barca1893, man kennt den guten Transfermarkt.de-Insider, der gefühlt immer irgendwie recht hatte mit seinem Stuff und immer die Leute nennt, die auch immer dann irgendwie doch am Ende kommen oder irgendwie mal im Gespräch waren. Nach ihm werden neben Jordan Meyer, habe ich schon genannt, und auch Maklika, Sanko und Suver zu den Profis aufrücken und die gesamte Sommervorbereitung beim Matarazzo machen. Danach wird dann entschieden, wer in welcher Mannschaft kickt. Wie gesagt, wie gesagt, wie ich schon gesagt habe, gerne machen, gerne, gerne machen. Missing Tat auch hier zur Conference League. Wir haben dann eine Gruppe von vier Mannschaften zwischen Platz sieben und zehn, die drei Punkte auseinander sind. Wenn wir den Vierkampf so gestalten, dass wir am Ende siebter sind, dann haben wir einen richtig geilen Job gemacht. So ist das. Hat er auch gesagt, wenn wir am Ende in der Conference League landen, dann spielen wir sie und werden an den Spielen wachsen. Wir haben mit Pellegrino Matarazzo einen Trainer, der mit Julian Nagelsmann in Hoffenheim schon Mannschaften gemanagt hat, die international gespielt haben. Ja, nehmen wir es so mit. Natürlich jetzt auch wieder ein Thema. Ich hoffe nicht allzu viel. Weiß nicht, wie viele News ich davon mit reinnehme. Hat er schon viel dominiert, auch in letzter Zeit. Oder näherer Vergangenheit, sage ich mal, mit den ganzen Datenskandal-Geschichten. Natürlich, Mitgliederversammlung ist er dann auch. Und da natürlich neue Kandidaten. Silvio Meissner kompletiert Team von Pierre-Enric Steiger. Ja, der nominiert sich da oder will sich aufstellen lassen. Darf er machen. Bis zum Montag 0 Uhr, bis 19. April 0 Uhr ist da scheinbar die Frist, die Bewerbungsfrist. Und dann mal gucken, was da am Ende alles so rumsteht. Mir sagt der Name jetzt nichts großartig, bin ich ehrlich. Mir sagt dann eher der Name Silvio Meissner was als der Steiger. Holschuckert nach Matarazzo den nächsten Hoffenheimer VfB ist auch an Akademieleiter drobisch dran. Da ist ja auch noch nichts offiziell geworden vom VfB-Seite. Nur ein Kicker-Artikel dazu. Oh, mal gucken. Das ist halt gar nicht. Aus Hoffenheim kommen ja normalerweise nicht die größten Vollpflaumen, was das angeht. Deswegen, mal sehen. Holen wir die gerne. Der Tweet hier passt dazu. Also was Hitzesberger ein bisschen hat, zusammen mit Krücken und Rüther gerade abziehen, schon seit zwei Jahren, ist abartig, was sie für Königstransfers im Staff- und Funktionsbereich tätigen. Da werden aus ganz Deutschland absolute Top-Leute angeworben. Disclaimer, ich habe davon nicht genauere Ahnung, wer jetzt wie, wo geil ist. Aber ich lese es hier gerne vor. Vorstandsvorsitzender Sportvorstand Hitzesberger, Direktor Sport Mislintat, Direktor Kommunikation Kaufmann, Direktor Administration Rüth, Nachwuchsleistungschef Krücken, Nachwuchsleistungszentrum, administrativer Leiter Drohbestand, das Gerücht hier eben, Cheftrainer Matarazzo, Co-Trainer Wimmer, Perchthold Kammermeier, Torwarttrainer Krebs, Sportpsychologe Poim Poimann, U21-Cheftrainer Fahrenhorst, U19 Willig, U17 Fiedler, Individualtrainer Teufel und Schuhmacher, dazu diverse, sehr gute Co-Trainer im Union-Bereich, wie Delpierre, Ratgeb, Kirchhoff. Ja, dazu auch noch zwei hauptamtliche Trainer, die sich nur um die Partnervereine kümmern. Wow. Wie gesagt, ich habe da kein genaueres Fachwissen, paar Namen sagen mir was und sagen euch auch bestimmt was, aber wir nehmen es mal mit, dass wir gerade wirklich auf einem extrem, extrem guten Weg sind. Das kann man einfach so dann plump sagen und mitnehmen. Dann hier unsere Kombination Sosa auf Sascha, wir sprechen, also Sosa-Interview, wir sprechen die gleiche Sprache, wir können immer darüber sprechen, was ich besser machen kann und was er besser machen kann. Ich und Sascha, das passt perfekt. Da kann man glaube ich nur zustimmen. Und wir machen weiter mit Sommeränderungen oder Sommerplanungen, Transferfensterplanungen. Der VfB verpflichtet Ömer Faruk Beyaz, der 17-jährige Mittelfeldspieler, wechselt ihn im Sommer 2021 ablösefrei von Fenerbahce Istanbul zum VfB Stuttgart. Vertrag bis 2025, also ordentlich lang ausgestattet. Wird sich vermutlich erstmal über die Jugendmannschaft dann hochspielen, reinfinden ins Team, 17 Jahre, sehr, sehr jung. Top-talentiert scheinbar, kann ich auch jetzt, würde ich auch wieder lügen, wenn ich sagen würde, ich habe den schon seit der U13 verfolgt, habe ich nicht. Aber der scheint schon was drauf zu haben. Und lustigerweise war es die Geschichte, ich habe mal geschaut, ob er irgendwann im Januar, in irgendeinem Reaction-Stream beim VfB mal wieder, irgendwann im Januar war das, hat mir ein Kollege hier eben aus der Community in die Kommentare geschrieben im Stream, dass wir den holen. Die Gerüchte gibt es ja auch schon länger und der hat als erstes geschrieben, bevor die Gerüchte überhaupt aufkamen, glaube ich, der hat geschrieben, jo, hier Türkei von der Barca, aber ein bisschen Ahnung, der kommt, ihr habt euch gegen die ganzen anderen Klubs da durchgesetzt, es waren auch andere größere Klubs dabei, ich glaube auch Schalke und so Geschichten oder so, oder Leverkusen, irgendwie sowas aus der Bundesliga. Deswegen ist es ja lustig, dass es tatsächlich wahr geworden ist. Und ein Talent kommt da zu uns. Ömer, also Mislintat sagte, Ömer ist ein ausgewöhnliches Talent und zählt in seinem Jahrgang zu den begehrtesten Spielen in ganz Europa. Dass er mit 17 Jahren bereits für die Profimannschaft von Fenerbahce und die türkische U21-Nationalmannschaft gespielt hat, unterstreicht zusätzlich sein großes Potenzial. Wir sind sehr froh und auch stolz, dass sich Ömer für den VfB und den von uns aufgezeigten Weg entschieden hat und wir einen Spieler seiner Kategorie trotz der großen Konkurrenz ablösefrei verpflichten konnten. Ömer wird bei uns alle Zeit bekommen, um sich der neuen Umgebung zurechtzufinden und die nächsten Schritte in seiner Entwicklung zu gehen. Dem kann sich, glaube ich, recht sicher sein. Das ist ja wirklich ein schöner Ding, wenn du eben, ne? Es ist, glaube ich, was anderes, wenn du von jemandem geholt wirst, wie ein Mislintat oder so. Oder wenn du halt zu einem VfB gehst, wo du weißt, was da in Vergangenheit und auch in Gegenwart läuft mit Tabellen. Alter, heute ist wirklich Sprachfehler drin mit Talenten. Deswegen, da haben wir wirklich schon gute Argumente auf unserer Seite. Und das ist so ein Ding, da kannst du, glaube ich, nichts falsch machen. Ablösefrei, bestimmt ist da irgendwie ein bisschen Handgeld geflossen. Keine Ahnung, wie krass es da in dem jungen Bereich schon ist mit Talenten. Aber irgendwie wirst du bestimmt auch locken müssen. Aber ablösefrei gekommen, 17 Jahre alt, Talent, da kannst du nichts mit falsch machen. Dann, keine Vertragsverlängerung mit Gonzalo Castro. Die Wege gehen auseinander im Sommer. Ja, Mislintat meinte hier vor dem Hintergrund, wirtschaftlich sehr schwierige Rahmenbedingungen. Durch die Corona-Pandemie haben wir uns entschieden, Gonzalo kein Angebot für eine Vertragsverlängerung zu unterbreiten. Unterdessen auf die Entwicklungspotenziale unserer Top-Talente zu vertrauen. Natürlich noch ein bisschen mehr Zitate auch von Castro und auch von Hitzesberger. Ja, bin ich ehrlich, sind ja viele ein bisschen stutzig. Ich auch, finde ich auch ehrlich ein bisschen schade, dass er geht. Aber man muss auch ehrlich sagen, er war dieses Jahr jetzt wirklich stark. Aber halt die letzten zwei Saison auch nicht besonders, auch nicht am Abstieg groß was aktiv quasi getan, damit es verhindert wird. Sagen wir es mal so, formulieren wir es mal so. Also keine Ahnung. Gerade schon Leistungsträger, wenn er spielt. Das ist halt auch sehr wichtig. Aber wenn du halt am Ende dann mit Gehalt oder mit Vertragslaufzeit oder mit, keine Ahnung, durfst halt Einsatzgarantien oder halt Versprechungen nicht einig wurdest, dann ist es halt so. Und dann ist es halt wieder ein weiterer Schritt eben in diesen Weg von Junge-Wilde. Und hier dann, Didavi wird massive Gehaltseinbußen in Kauf nehmen. Hat sich offensichtlich mit der Reservistenrolle abgefunden. Vielleicht hat man das Kapitänsamt auch schon anderweitig vergeben. Klar, Mangala Endo, das Ende von Castro ist schade, aber nachvollziehbar. Genauso gehe ich mit, wie es ja der Twitter-User geschrieben hat. Kapitän ist natürlich die Frage, wer es dann wird. Vielleicht der Kobel auch noch in der Verlosung mit drin. Sonst auf jeden Fall Endo mit drin in der Verlosung. Vielleicht gibt es ja auch irgendwie random dann doch noch einen Didavi oder so, wenn er bleibt. Sonst auch einen Anton vielleicht, irgendwas so Abwehrchef-mäßig. Muss mal gucken, was dann, wer danach das Saison des Dingens übernimmt. Dann hier auch sogar Nachrichten. Nach deren jüngsten Meldungen scheint es bei Castro am Geldgeschalt zu sein. Spieler und Berater wollten nicht unter eine bestimmte Summe gehen, die dem VfB zu hoch war. Außerdem hätte Castro wohl auch andere lukrative Optionen. Ja, bin immer gespannt. Castro ist irgendwie so ein Ding. Mal gucken, wo der jetzt landet. Aber Castro, keine Ahnung, es wäre so dieser Gentner-Move. Keine Ahnung, ich fühle... Das Erste bei Castro, was mir im Kopf kam, irgendwie, ist dieses Union-Ding. Erfahren, Bundesliga-Erfahrungssatt. Das ist wie Gentner, keine Ahnung. Der würde für mich irgendwie zur Union passen. Mal gucken, wo es ihn hinführt. Und den guten Gonzo hat auch nochmal sich daran gerichtet. Hat auch gesagt, ja, er findet es schade. Oder ist hier dennoch sehr enttäuscht darüber, dass der Klub kein Angebot gemacht hat. Ja, kann er auch sein. Aber wir sind in der Lage, oder ich bin in der Lage, wo ich tatsächlich bei den Leuten, die am Werk sind, sage, ich vertraue denen recht blind, dass sie keine kompletten Scheißentscheidungen fällen. Deswegen gehe ich auch da bei der Castro-Entscheidung mit. Der Sommer wird noch sehr lang. Mal gucken, ob du den Castro direkt Ersatz holst. Der Sommer wird noch sehr, sehr lang, glaube ich. Dann hier, Balogun von Arsenal hat wohl scheinbar, oder wird wohl scheinbar seinen Vertrag verlängern bei Arsenal. Also ist die Geschichte auch vorbei. Wird nicht zum VfB kommen. Es war so ein bisschen das Gerücht, dass der dann vielleicht abwürfefrei geholt werden könnte. Als Riesen-Kuh. Rein vom Talent, rein vom Namen her, rein vom Klub her bei Arsenal. Aber den werden sie wohl halten können. VfB und Ex-Marketingchef einigen sich nach Datenaffäre. Datenaffäre mit dem Marketingleiter Uwe Fischer haben sie sich außergerichtlich geeinigt. Passt. Thema abgehakt. C. Gibt beim VfB-Gas 11 Punkte Programm vorgestellt. Stadion-Eliebnis muss preiswerter werden. Auswahl von Netzwerken. Mehr Frauen in VfB-Cremien, regelmäßige Mitgliederforen und so weiter und so. Gerne anschauen. Das Ding beim Kicker hier. Der wird sich auch bewerben oder hat sich, glaube ich, schon beworben. Genauso wie dann natürlich auch Vogt, der aktuelle Präsident, für eben die Präsidentschaftswahl. Bei der Mitgliederversammlung, die, um Gott, das mache ich mich peinlich, ist hier im Juni oder ist es im Juli? Juli. 18. Juli steht hier. Ja, ich glaube, da gehe ich jetzt erstmal nicht krass drauf ein. Wir sind eh wieder auch bei einer schon normalen Länge bei mir quasi von den News hierher. Deswegen gehe ich ja nicht noch näher ein. Das wird dann alles noch, da werden wir bestimmt ein bisschen näher drauf eingehen, wenn es eben in Richtung Stichtag geht. 18. Juli, wenn eben dann wieder ein bisschen Wahlkampf aufkommt. Und hier Rettig, Rahic, Oettinger und Öztemir zum VfB. Auch Interview mit dem Vogt hier von der Bild. Könnt ihr euch auch gerne durchlesen, wenn ihr da Lust drauf habt. Gehe ich aber auch wieder weiterhin nicht weiter drauf ein. Dann hier zum Thema Kampf, weil Kampf ist ja auch hier, ne? Wird wohl abgeworben. Oder so wie es aussieht, stocken zumindest unsere Verlängerungsversuche. Ist nicht erst seit gestern bekannt, dass mit sich dann keine Ausstiegsklausel verhandelt. Das ist die absolute Grundbasis. Dafür gibt es das Gentleman's Agreement im Falle der Top-Club-Anfragen. Wenn Kampf meint, eine Sonderbehandlung erfahren zu dürfen, hätte er sich eben geschnitten. Oder hat er sich eben geschnitten. Es wäre ein fatales Signal an die restliche Mannschaft und würde die eigene Verhandlungsposition bei anderen Verhandlungen extrem schwächen. Plötzlich doch Ausstiegsklauseln zuzulassen. Bei aller Liebe, Kampf hat sich zwar sehr gesteigert, aber er ist weit davon entfernt, unersetzbar zu sein. Wäre schade drum, wenn er ginge. Aber wenn er meint, für höheres berufen zu sein, kann er sich meinetwegen hinter einen Dicker auf die Bank setzen. Weil eben das Gerücht mit Frankfurt am Start ist. Hat jemand auf Twitter gepostet. Ein Screenshot müsste von Instagram gewesen sein. Da gehe ich tatsächlich sogar weitestgehend mit bei dem Kommentar. Also Kampf ist für mich auch schon wichtig da hinten. Wäre natürlich dann irgendwie komisch. Weil wenn du dann Kampf weg hast oder halt nicht halten kannst im Sommer, dann auch im Afropanus vielleicht nicht halten kannst im Sommer, dann ist halt einfach aus unserer Stammdreierkette nur noch Anton da. Ist halt schon ein bisschen wild. Aber für mich auch der schwieriges Ding zwischen Afropanus und Kampf. Also Anton unverzichtbar tatsächlich. Aber für mich dann fast Kampf noch minimal, minimal am ersetzbarsten von allen dreien. Im Duell mit Afropanus vor allem, was das angeht. Deswegen bin ich da auch dabei. Und wie gesagt, wenn er gehen sollte, wenn er eben seinen Schritt macht zu, keine Ahnung, Lazio Rom ist, glaube ich, auch in der Verlosung. Oder eben zu Frankfurt zum Ex-Club Champions League. Soll er es machen. Ausstiegshausen hat er ja auch noch im Vertrag. Ist noch ein Reschke-Vertrag. Werden wir schon einen gescheiten Ersatz finden. Hier auch Kalajdsch das oberste Regal ruft. Man kennt ihn. Jetzt scheinbar auch die Tottenham Hotspurs angeklopft. Auch Serie A-Klubs dabei. Auch Leipzig steht immer noch drin. Vor ein paar Wochen hieß es ja Nö von dem Minzlaff oder wie auch immer der heißt im Doppelpass. Oder hieß auch Nö. Wir haben doch jetzt schon diesen Probi, haben das Augeholt von Ajax. Deswegen finde ich da Leipzig ein bisschen komisch, dass sie immer noch da drin stehen. Aber gut. Oder immer noch in den Gerüchten immer genannt werden. Aber Tottenham kommt auch wie immer angeklopft. Auch schon bei González am Anklopfen mit Tottenham. Ja, muss man sehen. Bei Kalajdsch kam zum Glück direkt ein schönes Zitat von Kalajdsch hinterher. Ist ein Kompliment, mit anderen Klubs in Verbindung gebracht zu werden. Aber das ist auch alles. Verrückt mache ich mich deswegen nicht. Vieles, was über mich in den Medien steht, ist eine schöne Bestätigung. Ich wehre mich nicht dagegen. Und vor allem hat er gesagt, es ist schön, dass es hier das Gerüchte gibt. Und viel über mich geredet wird. Aber auf gut österreichisch, wenn es zu hoch fliegt, dann fliegst du auch schnell auf die Pappen. Also ich glaube, der ist schon wirklich sehr, sehr bodenständig und weiß schon, was er an VfB hat. Und was er an der Entwicklung hier hat, hat uns ja, ich bleibe dabei, er hat uns auch ein bisschen was zu verdanken. Eben so dermaßen lang zu warten mit der Verletzung und so weiter und auf ihn zu bauen. Er zahlt natürlich auch aggressiv gut zurück. Logisch. Aber ähnlich auch wie in Koulibaly mit dem Zitat von vorhin. Die Jungs schätzen, glaube ich, den Verein wirklich ernsthaft. Man kann es wirklich, glaube ich, mal abnehmen. Wenn wirklich ein großer Klub kommt, logisch, dann ist das auch wieder nur irgendwelche Worthülsen. Aber ich bin mir tatsächlich fast irgendwie sicher oder fast recht sicher, dass ein Kalejcic uns im Sommer, diesen Sommer nicht direkt schon verletzt. Dann wieder eine andere Geschichte, weil er auch nur dann quasi Vertrag bis 2023 hat. Und er eben dann nächstes Jahr 2022 wäre im Sommer. Aber ich bin recht zuversichtlich, dass wir Kalejcic halten können. Hier Ex-Vorstand klagt gegen Kündigung. Hier trifft Heim den VfB vor dem Gericht. Ja, mal gucken, was dabei rauskommt. Artikel von der Bild. Gentner planen schon gerade Rückkehr. One Football oder Fußball News. Ist es hier irgendwann beim VfB in einer Funktion, wenn es denn von Vereinsseite gewünscht ist und so weiter und so fort. Ja, die Möglichkeit sehe ich auch eingeräumt. Es gibt bestimmt ein paar Fans, die irgendwie groß was dagegen hätten. Weiß ich nicht. Mit dem Abstieg und dem Abschied dann zur Union zum direkten Abstiegsgegner quasi. Relegation. Weiß ich nicht, ob es da manche Leute gibt, die gar keinen Bock auf Gentner haben. Aber ich glaube, wenn der irgendwann in irgendeiner Funktion tätig sein will beim VfB, könnte man es glaube ich machen. 370 Pflichtspiele für die Stuttgarter für uns bestritten. Deswegen würde ich dem jetzt auch... Ja, könnte man einfach mal versuchen. Ich sage mal so, könnte man versuchen. Dann nächster Transfer eingestellt für den Sommer. Der stand auch schon seit Wochen festgefühlt. Der VfB verblägt Alu Kohl, 19-jähriger Mittelstürmer, wechselt ablösefrei vom australischen Klub Central Coast Mariners zum VfB-Shirt. Und unterschreibt einen Vertrag bis 25. 30.06.2025. Schönes Ding, der Kohl am Start. Mit diesem Zitat hat er als einer der Top-Rookies der australischen A-League auf sich aufmerksam gemacht und uns in persönlichen Gesprächen mit seiner Persönlichkeit und seinem Ehrgeiz beeindruckt. Wir werden ihn im Übergangsbereich von unserer U21 und der Lizenzmannschaft an die Herausforderung des europäischen Profifußballs heranführen und freuen uns darauf, dass sich Alu für den VfB entschieden hat und uns sein Vertrauen schenkt, den ihm aufgezeigten Weg gemeinsam mit uns gehen zu wollen. Ja, mitnehmen. Auch scheinbar Top-Talent. Noch mal eine andere Geschichte wie der Bejas, der schon richtig bei Fenerbahce ist. Ist was anderes als australische Liga, aber warum nicht? Auch wieder ablösefrei. Kann auch, ob da wieder Handgel geflogen ist, who knows? Aber an und für sich ablösefrei offiziell. Riesentalent scheinbar da auch. Gibt die Cecilas-Vergleiche, weil er eben auch noch keine krasse hochprofessionelle Ausbildung genossen hat, so anscheinend. So Nachwuchsleistungszentrum mäßig. Deswegen auch da wieder kannst du nichts mit falsch machen. Kommt erstmal in eine zweite Mannschaft in den U21 und dann kann er auch da rangeführt werden. So, das ist aber schon kurz vorm Schluss hier. Noch zwei Geschichten. Zitat zu Barca 1893. Sehe aber gerade in einem möglichen Kampfabgang eine Chance. Die Ausschickslausel liegt ja wohl bei 12 Millionen Euro. Also auch neue News für mich. Argweit wird sich Sven da nicht runterhandeln lassen, wenn man Kempf für 9 Millionen verkauft. und dann dafür Dinos für 6 Millionen verpflichten kann. Punkt, Punkt. Dann wäre das ein Deal, den hier vermutlich fast jeder unterschreiben würde. Ich glaube, ich fast auch. Ich halte schon was von Mafropanus. Man weiß ja nicht genau, wie Arsenal da plant. Ist ja immer noch der erste Ansprechpartner da. Logischerweise ist das ein Verein. Im Sommer läuft ja die Laie aus. Aber 12 Millionen für Kempf, 9 Millionen für Kempf. Da kannst du dann schon... Oder sag mal so, dann traue ich ein bisschen. Er hat auf jeden Fall zu, dass er da einen ebenwürdigen Ersatz holt. Und letzte News zum Thema Eckloff. Saisonende für Lee Eckloff. Der Verein ist in dieser Saison nicht von Verletzungen verschont geblieben und will kein Risiko eingehen. Madeira zu hofft, dass er für die Vorbereitung auf die nächste Saison bereit ist. Ja, wir warten auf ihn. Nächstes großes Talent. Sogar aus den eigenen Reihen. Deswegen wartet man da gefühlt nochmal doppelt und dreifach so gerne. Und dann sind wir durch mit den News. Heute mal einen Tacken länger. Aber ist auch viel passiert gewesen. Sind heiß. Morgen auf Spiegel Union, glaube ich. Streamen wird natürlich kommen. Man kennt ihn. Start um 15 Uhr. Und dann, ja, schönen Freitagabend noch, wenn man sich sonst nicht sieht. Wie auch immer, schönes Wochenende. Das war es von VfB News. Vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal.